Perfekt kann man natürlich jetzt das Beispiel zu meiner Sportart sehen, da sich hinter mir die Asikugeln befinden. Poolbillard, genau, das ist so der Oberbegriff. Also zum Poolbillard bin ich mit zwölf Jahren gekommen. Mein Rekord ist im klassischen Achtball, sieben Spiele in Folge. Mein besonderster Moment im Jahr 2019, der Gewinn der zweiten Disziplin der Deutschen Meisterschaft im 10-Ball war schon ein sehr schöner Moment.